Willkommen bei Banana. Die professionelle Software ähnlich wie Excel. Personalisierte Rechnungen mit Schweizer QR-Code erstellen und drucken. Das Video wurde auf Englisch aufgenommen. Sie sehen das Programm jedoch in Ihrer Sprache. Erstellen Sie Ihre Buchhaltung. Sie können Ihre bestehende Buchhaltung anpassen. Oder erstellen Sie eine neue Buchhaltung. Starten Sie zum Beispiel mit einer vordefinierten Vorlage für die Faktorierung. Geben Sie die Basisdaten ein. Geben Sie Ihre grundlegenden Buchhaltungsdaten über das Menü Datei, Eigenschaften, Stammdaten, ein. Passen Sie den Namen an. Geben Sie das Anfangsdatum und das Enddatum ein. Wählen Sie die Basiswährung. In der Registerkarte Adresse. Geben Sie die vollständige Adresse Ihrer Firma ein. Geben Sie auch das IBAN-Konto ein, auf dem Sie Zahlungen erhalten. Richten Sie Ihr Logo ein. Wenn Sie ein Logo haben, das Sie anzeigen möchten, geben Sie es über das Menü Datei, Logo einrichten ein. Fügen Sie ein Bild hinzu, legen Sie die Größe und Ausrichtung des Logos im Rechnungskopf fest. Definieren Sie auch die Ausrichtung des Textes im Rechnungskopf. Sie können zum Beispiel das Logo links und den Text rechts platzieren. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf Hilfe, um direkt zur Online-Dokumentation zu gelangen. Kundenkonten einrichten Richten Sie in der Tabelle Konten das Postenbuch Kunden ein. Jeder Kunde hat seine eigene Kontonummer. Für jeden können Sie in den entsprechenden Spalten die Adresse und andere Informationen angeben. Geben Sie in der Spalte Sprache den Sprachcode ein, damit jeder Kunde die Rechnung in seiner eigenen Sprache erhält. Tabelle Buchungen Geben Sie die Daten der Rechnungen in der Tabelle Buchungen ein. Erstellen Sie zum Beispiel eine einfache Rechnung für den Verkauf eines Produkts. Geben Sie das Buchungsdatum ein. Die Rechnungsnummer Die Beschreibung, die auf der Rechnung erscheinen wird. Geben Sie im Sollkonto das Konto des Kunden ein. Geben Sie im Habenkonto den Gegenposten ein, zum Beispiel das Verkaufskonto. Geben Sie den Betrag an. In Fällen, in denen die Rechnung mehrwertsteuerpflichtig ist, geben Sie auch den gewünschten Mehrwertsteuercode ein. Sie können auch Einträge auf mehrere Zeilen eingeben, um mehrere Positionen auf der Rechnung zu haben. Oder Sie können auch die Spaltenmenge, Einheit und Stückpreis verwenden. Rechnung ausdrucken Erstellen und drucken Sie die Rechnung über das Menü Berichte, Kunden, Rechnungen ausdrucken. Wählen Sie die gewünschten Rechnungen aus, die Sie ausdrucken möchten. Installieren Sie Ihr bevorzugtes Rechnungslayout. Wählen Sie zum Beispiel das Layout für die Rechnung mit Schweizer QR-Code und klicken Sie auf Installieren. Wählen Sie in der Registerkarte Optionen eine Sprache aus und geben Sie die Schlusstexte ein. Klicken Sie auf OK, um die Rechnung mit den Standardeinstellungen auszudrücken. Sie sehen die Rechnung in der Vorschau, Sie können sie ausdrucken und als PDF-Datei exportieren. Passen Sie Ihre Rechnung an. Jedes Layout kann angepasst werden. Klicken Sie auf Einstellungen. Und rufen Sie den Einstellungsdialog auf. Klicken Sie auf Hilfe. Sie gelangen auf die Dokumentationsseite. Hier werden die verschiedenen Optionen im Detail erklärt. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihren Druck individuell zu gestalten. Dieses Video erklärt nur die wichtigsten. Die Einstellungen sind in fünf Ebenen unterteilt. In der Ebene Drucken können Sie die Elemente, die auf der Rechnung erscheinen sollen, mit einem Häkchen versehen. Fügen Sie in die Kopfzeile die Adresse ein, die Sie in den Basiseinstellungen festgelegt haben. Alternativ können Sie die anzuzeigenden Texte manuell definieren. Entscheiden Sie, ob das Logo in der Kopfzeile erscheinen soll. Und wenn Sie mehr als ein Logo definiert haben, können Sie entscheiden, welches Sie verwenden möchten. Wählen Sie, ob die Adresse des Absenders über der Rechnungsadresse stehen soll. Setzen Sie die Rechnungsadresse in der gewünschten Reihenfolge zusammen. Sie haben die Möglichkeit, die Adresse nach links auszurichten. Wenn Sie die Position der Adresse anpassen müssen, können Sie sie horizontal verschieben. Und auch vertikal. Definieren Sie, welche Rechnungsinformationen einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Wählen Sie, welche Spalten in der Tabelle der Rechnungsdetails angezeigt werden sollen. Sie können auch nicht standardmäßige Spalten und solche, die manuell zur Tabelle Buchungen hinzugefügt wurden, verwenden. Definieren Sie für jede Spalte die Breite, die Ausrichtung der Überschriften und Textausrichtung. Entscheiden Sie, ob Sie Bruttobeträge inklusive Mehrwertsteuer oder Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer verwenden möchten. Im Abschnitt Texte definieren Sie Ihre Übersetzungen für die verschiedenen Sprachen. Auf diese Weise können Sie alle Rechnungstexte definieren. Definieren Sie zum Beispiel die Überschriften für die Spalten der Rechnungsdetails. Schließlich können Sie einige Stile der Rechnung ändern, zum Beispiel die Schriftart, die Größe, Textfarben und andere Farben. Rechnungsvorschau Geben Sie den QR-Code ein. Definieren Sie auch in den Layout-Einstellungen Abschnitt QR-Code einige Parameter für den Druck des QR-Abschnitts. Aktivieren Sie das Feld QR-Code drucken, um den QR-Code auf der Rechnung auszudrücken. Wählen Sie den Typ der zu verwendenden QR-Referenz. Für eine Rechnung mit IBAN und Referenznummer, wählen Sie den Typ-Score. Für eine Rechnung mit IBAN ohne Referenznummer wählen Sie den NON-Typ. Für eine Rechnung mit QR-IBAN wählen Sie den Typ QR-R. Wenn Sie Ihre IBAN bereits im Adressteil der Stammdaten eingegeben haben, brauchen Sie hier nichts einzugeben. Ansonsten können Sie Ihren IBAN-Code direkt hier eingeben. Wenn Sie statt des normalen IBAN-Codes die QR-IBAN verwenden möchten, wählen Sie den QR-Typ und geben Sie Ihren QR-IBAN-Code direkt hier ein. Entscheiden Sie, ob Sie zusätzliche Informationen in den QR einfügen möchten. Sie können dies mit Hilfe einer Spalte in der Tabelle Buchungen tun. Sie können auch Rechnungsinformationen hinzufügen, die automatisch generiert werden. Schließen Sie die Rechnungsadresse des Kunden aus und lassen Sie ein leeres Feld, um die Adresse von Hand einzugeben. Schließen Sie den Rechnungsbetrag aus und lassen Sie ein leeres Feld, um den Betrag von Hand einzugeben. Entscheiden Sie, ob der QR-Teil auf eine separate Seite gedruckt werden soll. Anzeige des QR-Teils in der Rechnungsvorschau Kostenlos starten Banana Buchhaltung Plus herunterladen und installieren Sie können die Buchhaltung erstellen und bis zu 70 Buchungssätze einfügen. Sie können auch den Druck der Rechnung anpassen. Alle Ihre Einstellungen bleiben gespeichert. Wählen Sie dann das für Sie passende Jahresabonnement und geben Sie so viele Buchungssätze und Rechnungen ein, wie Sie möchten.